Herzlich Willkommen, hallo zusammen. Das ist eine Vorstellung von Stellaris und zwar heftig modifiziert. Und mit dabei gewissermaßen ist der Herr Pfleger. Hallo Pfleger. Hallöchen. Ja, Pfleger ist vielleicht schon bekannt aus meinen Produktionen als erfolgreicher Mitkämpfer in Arma. Das ist eine grobe Lüge. Wir sind keine Mitkämpfer. Ja, wir hatten Spaß zusammen. Naja, und ich muss jetzt dazu sagen, Pfleger ist einer der größten Experten für Stellaris überhaupt. Und er wird, weil er die Alpha-Modifikation, die ich heute mal vorstellen wollte in Stellaris, weil er die noch nicht so kennt, will er mal heute einen Blick mit mir gemeinsam draufwerfen. Und ich habe mir gedacht, dann zeigen wir es doch gleich mal allen Menschen. Ja, toll, ne? Du bist so großzügig, weißt du das? Wir machen das ganz einfach, indem ich jetzt hier einen Spielstand rausgenommen habe und wir gucken uns den gemeinsam an. Und ja, 20, 25 Stunden Spielzeit müsste das ungefähr haben. Und ich habe jetzt hier dieses Kanopus-Konkordat entwickelt, was hier so lila oben in diesem oberen Bereich zu sehen ist. Und ja, die anderen Gegner in Stellaris sind jetzt KIs. Ja, genau. So, Pfleger, vielleicht möchtest du die unerleuchteten Menschen da draußen mal aufklären in kurzen Worten, was eigentlich Stellaris ist. Ja, also Stellaris kommt aus dem Hause Paradox Interactive. Es ist ein extrem tiefes und großartiges Grand Strategy Spiel. Grand Strategy ist auf viele Aspekte oder eigentlich die größten und wichtigsten Aspekte der verschiedensten Zeiten, Epochen oder Nationen fokussiert. Das heißt, man muss sowohl Wirtschaft als auch Handel, als auch Diplomatie, Innenpolitik, Forschung. Alle vergessen mal die Forschung. Ja, die Forschung ist das Wichtigste. Stellaris hast du vollkommen recht. Ja. Und so weiter. Man muss wirklich, wirklich fast alle Aspekte einer Nation leiten, steuern und weiterbringen. Und Stellaris ist dabei noch eine große, große Ausnahme, nachdem es im Unterschied zu den anderen Paradox Titeln ein sogenanntes 4X Spiel ist. Das heißt, dass es hier in diesem Weltraum Szenario, wo man sich bewegt und man aufgrund dieses Szenarios eigentlich immer vor neue Herausforderungen gestellt wird, die man so noch nicht gekannt hat. Genau. Das Besondere an Stellaris ist jetzt, man kann sich am Anfang eine Rasse zusammenbauen und zum Beispiel ein Imperium haben aus militaristischen Leuten, die Klingonen ähnlich beispielsweise sind. Und ich sage jetzt gleich mal vorab, Star Trek Referenzen mache ich ja im laufenden Band, weil hier ist eine Menge Star Trek drin, auf vielen Ebenen, aber auch andere Sci-Fi Genres. Oder man kann sich eine friedliebende Pilzrasse machen, die mit anderen Rassen halt pilzig zusammenleben will. Also hier ist es. Die ganz, die liebevollen Blog der Entwickler. Also bevor ich das alles so theoretisch mal abschüle, ich zeige dir mal kurz meine Rasse, was ich jetzt gemacht habe. Erzähl mir mal ein bisschen was davon. Also das, ja, das sind die, ja ich zeige es dir jetzt hier, guck mal, das sind die Alari Mutatis. Ja, ich glaube, sie hießen Alari am Anfang und sie sehen, du siehst das jetzt vielleicht nicht, aber die haben so, ja die, die haben so, ich glaube, Elfenohren. Ja, das ist ein Vulkanier, so typisch. Ja, sozusagen. Und das, ich bin ja ziemlich weit im Spiel und das sind, ich habe sie hoch, also ich habe sie ziemlich kybernetisch hochgerüstet. Das sind Cyborgs inzwischen. Ähm, außerdem, äh, ja, Moment, das kann man ja hier in der Speziesübersicht nochmal besser sehen. Da gleiten wir mal direkt hier hin. Äh, außerdem sind sie, äh, Konformisten, das heißt, sie, sie, das, was die Regierung sagt, finden sie erstmal ganz toll. Äh, sie sind, ähm, gemeinschaftlich orientiert, das erhöht die Zufriedenheit. Sie sind alle ziemlich intelligent, ja. Äh, äh, sie leben gerne auf, ähm, Kontinentalwelten. Äh, wie gesagt, ja, es sind alles Cyborgs, also, nö, nö, nö. Du bist ein Borg, sagst einfach nichts. Ja, ich fand, ich finde das kybernetische halt toll. Außerdem, sie sind klaustrophobisch, warum auch immer. Und dadurch, äh, haben sie fünf Prozent mehr Futter zur Verfügung. Also, naja, das ist jetzt die Modifikation. Dafür hast du halt, äh, höheren Construction Speed. Also, es dauert länger, um was zu bauen, das meine ich. Ja, was war da, genau, genau, ja, richtig. Und, äh, zu guter Letztes sind natürlich begabte Ingenieure. Also, naja, ich hab diese Rasse allerdings schon mal modifiziert, aber dazu kommen wir noch, so. Also, für mich ist besonders immer der, der Rollenspiel-Aspekt sehr wichtig, äh, den das Spiel auch bietet. Genau, eben das, dass du deine Rasse so großartig, äh, aufbauen kannst und ausarbeiten kannst. Vielleicht kannst du etwas über den Hintergrund deiner Rasse sagen. Ja, der Hintergrund. Also, das ist eigentlich, äh, ja, eigentlich war es eine andere Rasse zu Anfang. Sie, sie waren, äh, sie waren nicht so ausgebildet, aber, ähm, sie lebten einfach auf Kontinentalwelten. Und regierungstechnisch gesehen haben sie ein Imperium hochgezogen. Und, äh, muss ich mal eben gucken. Ich glaube, ach, wo kann man das denn sehen? Den, ja, ähm, ich glaube, hier war das, genau. Äh, sie sind auto, äh, auto, autoritär eingestellt, ja. Sie sind allerdings xenophil, das heißt, sie, ähm, haben eine höhere Meinung anderer Rassen. Und sie sind dennoch materialistisch. Also, meine Rasse ist eigentlich eine Rasse, so wie die Vulkaner, hast du ja schon gesagt, äh, eingestellt sind, ne. So eine ganz nette Rasse, hey, wir gucken mal im Weltraum, sind trotzdem alles Imperialisten und hier gibt's keine Demokratie. So ein bisschen habe ich mir das überlegt, ja. Und ich wollte eigentlich das, das ganze Spiel friedlich gewinnen und das versuche ich auch jetzt. Und das wollte ich dir zeigen, was ich da geschafft habe. Na, dann zeig mal her. Alles klar. Ja, ähm, das Besondere jetzt, warum wir das jetzt hier so gemacht haben, ist, wie gesagt, diese Alpha-Modifikation. Und das ist nicht nur eine Modifikation, das sind tatsächlich ungefähr 18, 19, ja, die jetzt hier relevant sind. Und, ähm, ich kann dir mal kurz erklären, was ich jetzt aus meinem Reich gemacht habe. Also, die Heimatwelt oder dort, wo ich zuerst, ähm, also, wo ich herkomme, das hier ist Sud-Kasa, hier in der Mitte. Ja, das ist, äh, immer noch die Heimatwelt. Und, ähm, dann habe ich mich zuerst... Das erkennt man an den Goldenen um das System herum. Ja, genau. Und dann habe ich mich zuerst hier nach links ausgebreitet und habe dann gemerkt, ah, da ist ein Nachbar. Und dann habe ich mir ja hier eine Menge Planeten geschnappt und eine Menge Außenposten hochgezogen und habe dann dafür gesorgt, dass dieser Nachbar sich nicht in meine Richtung ausdehnen kann. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist das eine. Dann habe ich mich hier in die andere Richtung ausgebreitet und habe dann benaueinander auf die anderen beiden gestoßen. Und, äh, habe dann auch dort die Grenzen dicht gemacht, sodass ich jetzt eigentlich ziemlich viel Platz, also, ich habe, glaube ich, dadurch ein gutes Viertel der Galaxie eingenommen. Und hier im Hinterland ist eben noch einiges frei. Ein paar Systeme, die ich, äh, einnehmen kann. Und auch einnehmen werde mit der Zeit. Ja, ähm, das Besondere ist jetzt, Pfleger an der Alphamod, äh, ich meine, im normalen Stellar ist es ja so, du hast, äh, ein Forschungsplanet, ne? Den hast du auf Forschung ausgelegt, weil da sind viele Forschungslabore oder du hast viele, ähm, äh, Energiegebäude, wie heißen sie, Kraftwerke, ne? Mhm. Und das in der Alphamod. Minen. Ja, das, das kannst du in der Alphamod noch viel, viel, viel weiter treiben. Okay. Und deswegen finde ich sie so toll. Ich zeige dir zum Beispiel mal. Zeige mal ein Beispiel, bitte. Ja, ich habe jetzt hier mal rechts das angefangen durchzubenennen, ähm, meine Planeten. Ich zeige dir zum Beispiel meine stolzeste Errungenschaft, meinen, meinen Nahrungsmittelplaneten, Mira 3. Ja, wir... Ich bin mal gespannt. Ja, das kannst du auch sein. Also, Mira 3 ist hier im Mira-System und es ist erstmal eine Kontinentalwelt mit dem Modifikator, dass es 20% mehr Futter produziert, ja? Und die Leute sind auch zufriedener. Was heißt Lars? 439? 439? Ja, das hast du gesagt. 439? Dann sage ich mal, geht's dir doch gut. Ich hab, ich, ich, ich will also meine Bruder ordentlich was zu futtern haben. Ich hab nämlich gemerkt, dann vermehren die sich viel schneller, was auch immer das für ein Zusammenhang ist. Ja, ist klar, wenn's viel zu essen gibt, wird viel Nachkommen produziert. Scheiße. Also, dann hab ich noch ein Gouverneur rausgesucht, der von all den Sachen dann auch noch ein Plus 10 auf den Nachkommen gibt. Und jetzt gucken wir uns mal die Oberfläche an. Es ist leider sehr klein, dank Stelle, deswegen, ja. Ja, also es fängt damit an, dass, wo fang ich denn hier an, ähm, wo ist denn das Hauptgebäude? Ich, ich find das Hauptgebäude nicht. Das ist dritte Reihe links, ähm, zweites Symbol. Reihe, was ist jetzt eine Reihe von oben nach unten? Von oben nach unten, ja. Nein, warte, Schwachsinn. Äh, in der 1, 2, 3, in der vierten Reihe, der, äh, das vierte, äh, Kastel. Vierte Reihe, viertes Kastel von links. Du hast das erkannt, nicht schlecht. Dafür, dass du die Bots zum ersten Mal siehst. Okay. Die, die Hauptgebäude sehen alle immer gleich aus. Ah, okay. Jedenfalls, ähm, man hat jetzt hier in Stellaris mit der Alpha-Mod hat man die Möglichkeit, die, ähm, Planeten so zu spezialisieren. Zum Beispiel, ich versuch, ich zeig das mal. Das hier ist eine Liste aller im Moment für mich freigeschalteten Planeten an dieser Stelle. Ein paar sind ausgegraut, aber, äh, wer jetzt ... Und das Gebäude, nicht Planeten. Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, ich will, also, wer das Spiel jetzt schon ein bisschen kennt, der sieht hier, da ist viel mehr möglich und, ähm, auch viel mehr neue Ressourcen sind dazugekommen, aber dazu eben später mehr. Jedenfalls, das hier ist jetzt eine Farming World Capital und, ähm, die haut eben auch tausende Modifikatoren raus. Das ist angrenzende Gebäude, bauen mehr Nahrung ab und, und überall plus 10 und, siehste Pfleger, es gibt eben jetzt neue Gebäude, die, die erhöhen dann eben zum Beispiel die Nahrungsausbeute hier mal um 5% und, äh, hier, ich guck mal. Das hier ist, äh, hier unten links, das hier ist dieses Mutagenes Lab, das hat nochmal 5%. Ja, das sind eben diese Kleinigkeiten und wenn du so eine große Welt hast, dann läppert sich das alles mit der Zeit. Aber das basiert eben jetzt auch in der Alpha-Mod heftig auf Wasser zum Beispiel, ja, man muss dann so Wassergebäude bauen und dann kann man da wieder was abbauen und dann braucht man Eis. Es sind also neue Ressourcen dazugekommen und ich kann mal eben kurz zeigen, hier, ähm, diese Liste hier, die strategischen Ressourcen. Da gibt's ja im normalen Spiel so einen Haufen, ne? Alter. Und mit der Zeit, dann, dann hast du halt so ein paar mehr, sag ich mal, unter anderem, äh, ein paar mehr, ja, genau. Ja, also, zum Beispiel, ähm, hier, ich glaube, atomare Müll oder was, Actonites, weiß ich jetzt gar nicht, also, irgendwas Atomares, so, ja. Das sieht man am Bild, ja. Ja, oder hier, wie gesagt, das Eis, dann, ähm, äh, Natural Fuels, das ist sowas wie wahrscheinlich, ähm, Kohle oder Öl oder sowas in der Art. Und die alten sind immer noch dabei, aber du kannst zum Beispiel auf deinen Frontplaneten, äh, auch so eine Brauerei machen und dann kannst du Bier brauen und das erhöht die Zufriedeneheit, soll ich sagen. Das ist unglaublich. Oder du kannst da auf deinen Planeten, äh, so, so eine Forschungsstation bauen, Xenofauna, das ist nochmal so ein Untermord. Und da kannst du so bestimmte, ähm, Tiere entdecken, zum Beispiel den Emerald Tiger und der erhöht dann so ein ganz bisschen, äh, die... Ein Pukachi. Ja. Also, das dauert mit der Zeit, aber, wie gesagt, das ist jetzt mein Planet, der ist jetzt für die Nahrung zuständig und der produziert insgesamt, hast du ja schon gesagt, 440 Einheiten, das ist also ziemlich viel. Damit kannst du ein halbes Imperium ernähren. Ja, genau, und deswegen, ich hab insgesamt einen Überschuss von 874 hier, also ohne diesen Planeten wird's auf jeden Fall schon mal, ähm, schwierig, sag ich mal. Ja, ja, das ist das eine, also diese Spezialisierung auf Nahrung ist in diesem Spiel sehr gut. Und, ähm, was ich immer so gern gemacht hab, ist, ähm, eine Rasse zu wählen, die sehr friedlich ist, aber im Laufe des Spiels findest du ja andere Rassen, ne? Mhm. Du triffst ja auf andere, zum Beispiel Unterentwickelte, und dann hab ich mir eine Rasse rausgesucht, die für mich kämpft, ganz stupide, und dann hab ich diese Rasse, ich bin quasi dort, du musst dir das vorstellen, ich zeig dir das mal, ähm, ich muss nur hier, ähm... Das ist dein Militärplanet unten, sagen dir Gorov, äh, 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 ja, du bist schon vorbeigefahren. Ja, ja, genau, ja, richtig, mein Militärplanet, das ist eine, ja, eine ziemlich trostlose Welt, muss man sagen, und ich kann dir da auch eine Geschichte zu erzählen, und zwar, ich bin hier anfangs gelandet mit, äh, diesem Roboter, ja, mit diesen beiden Robotern hier, und diese neue Spezies, diese Kakerlaken, sag ich mal, die haben außer diesen Roboter nie etwas gesehen von anderen Spezies, und diese Roboter haben sie schlecht behandelt, ja, sie haben auf sie eingetreten, sie haben sie erst versklavt, und dann haben sie gesagt, so, ihr dürft jetzt für das große Alari-Imperium schuften, und sie hatten dann richtig den Hals, sozusagen, und das wurden dann meine Krieger. Ja, dann habe ich sie noch genetisch modifiziert, äh, kann ich auch mal kurz zeigen, man kann ja hier in diesem, ähm, in dieser Spezies-Übersicht kann man Spezies auch aufwerten, und dann habe ich denen eine hohe körperliche Stärke gegeben, und, ähm, ja, das ist jetzt hier das Auswahlmenü, aber da, das sieht man nicht mehr so gut. Jedenfalls, ich habe denen eine hohe körperliche Stärke gegeben, und ich habe denen alles an Mods mitgegeben, damit sie eben einen hohen Army-Damage, oder irgendwas für die Armee eben positiv haben. Ja, dachte ich mir, und, äh, das, äh, sind dann jetzt hier diese Warchoids, ja, das sind jetzt meine Krieger, und dann eben mit dieser Mod, ähm, kannst du dir zum Beispiel auf einem Planeten nur Militärgebäude machen, oder auch solche Mech-Base, dann kannst du solche Mechs produzieren. Hier, ich habe zum Beispiel mal, ähm, wie gesagt, hier auf diesem Planeten, das ist meine ganzen Armeen, und dann habe ich dort Klone von diesen Kakerlaken gemacht, oder ich habe sie in Kampfroboter gesetzt, oder. Oder in deiner geliebten Mechs. Ja, und du kannst eben auch zig Gebäude bauen, mit der du die, ähm, ganzen Armeen hier aufwertest, und so weiter. Also, ähm, während meine, der Clou ist jetzt, meine Ursprungsrasse ist schlecht im Kriege führen, aber in Stellaris kann man eben andere Rassen in seinen Imperium reinholen, und diese Rasse habe ich so modifiziert, dass sie eigentlich nichts kann, außer Krieg führen, und die wollen auch nichts anderes. Und ich sehe gerade, sie sind pazifistisch eingestellt, naja. Ja, richtig geile Krieger, würde ich sagen. Aber genau das, genau das, was du jetzt gerade erzählt hast, das finde ich, macht den unglaublich großen Reiz von Stellaris aus, dass du einfach einen Planeten entdeckst, und sich um den Planeten eine Geschichte entwickelt, einfach durch Pop-up-Fenster, die kommen, oder durch Sachen, die in deinem Kopf entstehen, und das ist einfach, finde ich, wirklich großartig an diesem Spiel. Ja, also hier, ähm, das wollte ich auch nochmal zeigen, und zum Thema, ähm, Militärplanet, äh, es gibt noch, also dieser Planet hier beispielsweise ist einfach eine toxische Welt, Yunduk Prime, ist auch Militär, und da habe ich diese Kakerlaken eben auch hingeschickt, dass die dort, äh, eine kleine, ja, ich sag mal, ähm... Kolonie. Ja, genau, und da gibt's eben jetzt, man kann eben auf toxischen Welten auch, äh, Kolonien hochziehen, oder auf Totenwelten und alles Mögliche, und dort gibt's dann eben gewisse Boni, da kann man nicht gerade Nahrung abbauen und alles, aber da kann man eben tolle Krieger ausbilden, weil alle, die dort überleben, die haben halt, es sich verdient, äh... Wir haben verdient, an dem Kampf zu sterben. Ja, und, ähm, zum Beispiel diese eine Welt hier, äh, Kimita Hauptwerft, das ist einfach eine Welt, die ist, äh, das ist eine Gaia-Welt, ja, die sind da alle recht zufrieden, nichts Besonderes eigentlich, aber eben der Spaceport hier, der ist jetzt auch erweitert worden in dieser Modifikation, den hab ich halt, äh, so aufgewertet, dass der unglaublich teuer ist, aber dass man eben hier diverse, äh, Boni kriegt, wenn man seine Schiffe hier produziert, beispielsweise die hier produzierten Schiffe haben, 15% mehr Hülle, oder, äh, was weiß ich alles, ne, aber dafür, ähm, kann dieser Planet sonst nichts, ja. Also diese wirkliche Spezialisierung finde ich ja wirklich cool, weil bis jetzt hast du das anders nur machen können. Ja, hier, letzte Beispiel zu dem Thema, ähm, hier, das hier ist ein Forschungsplanet, ich bin jetzt nicht sicher, ob es der größte ist, aber, ähm, äh, aber, ne, der ist es nicht, den muss ich noch ausbauen. Es ist auf jeden Fall so viel, dass man hier machen kann, dass man, äh, irgendwann auch keine Lust mehr hat, neue Gebäude zu bauen, weil es so viel Abwechslung dabei gibt und du musst auch so viele verschiedene Sachen achten und, ähm, ich glaube, das hier ist mein, einer meiner Hauptforschungsplaneten, ja, da siehst du ja das, das ganzen Forschungsgebäude und, äh, Kannst du mal auf die, auf die Planetenzusammenfassung gehen? Ja, das ist hier, da ist es jetzt im Moment nicht so viel. Alter! Wie viel Physics Output du hast? 87! Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, also zum Forschungssystem, ähm, das ist in diesem Spiel so, es gibt drei Arten von Forschungssachen, äh, Physik, ja, ähm, Society, Gemeinschaft, oder so, ja, Sozialwissenschaften, ja, genau, und Engineering, ja, und dann kann man jetzt hier im Forschungsfenster, hat man eben drei Forschungszweige und dann kann man eben zufällig ausgewählte Sachen erforschen, also hier, ähm, kann ich mal eben zum Beispiel umswitchen, ich hab jetzt schon ziemlich viel erforscht auf Energy, Weapon, Damage mach ich gerade, oder hier erforsche ich gerade, äh, verbessertes Futter und so weiter, also, da ich den ganzen Forschungskraben jetzt nach 20, 25 Stunden schon hinter mir hab, weil ich meine Spezies eigentlich immer sehr forschungsintensiv mache, hab ich das auch geschafft. Also, was ich, äh, wirklich cool finde am Forschungssystem in diesem Spiel, vor allem im Vergleich zu, so anderen V-Exiteln, in diesem Spiel hast du es einfach so, dass, äh, du sozusagen ein Deck aus, ähm, aus Forschungen hast, wie, wie ein Kartendeck, kann man sich das vorstellen, und du bekommst jedes Mal, wenn du eine Forschung abgeschlossen hast, neue Karten ausgeteilt. Ja. Und, äh, da kann es auch dann passieren, dass du bestimmte Forschungen auch nie wiederkriegst. Mir ist es mal in einem Spiel passiert, dass ich, äh, nur die Dreier, also bis zum dritten Stufe der Reaktoren gekommen bin und danach nie wieder Reaktoren bekommen hab, deswegen meine Schiffe richtig schlecht gewesen sind, weil ich einfach keine Energie dafür hatte. Ah, tut mir leid, also ich hab jetzt hier in diesem Spiel alles ausgeforscht, dass, da geht wirklich nicht mehr viel. Hast du Glück gehabt? Ja, ich kann dir noch kurz die Schiffe zeigen, das haben sie auch überarbeitet, ähm, allerdings hab ich nie viel Wert draufgelegt hier, ähm, das hier ist ja zum Beispiel ein hochgezüchtetes Schlachtschiff und, äh, große Unterschiede sieht man ja jetzt nicht gegenüber der Alpha-Geschichte, aber man hat zum Beispiel jetzt mehr Rümpfe hier zur Auswahl, ähm, wo man mehr große Waffen unterbringen kann, ja, Double Death nennt sich das jetzt einfach, oder, äh, man kann jetzt auch hier einen ganzen, ähm, Träger machen, ja, man, im Spiel gibt's ja auch diese, diese kleinen Jäger und dann kann man hier zum Beispiel, äh, so ein Slot machen mit vier und hier noch, ähm, zwei und dann kann man hier noch, äh, vier unterbringen, das heißt, man kann das alles voller, voller kleiner, ähm, Träger, äh, hier kleiner Kampfschiffe machen und ansonsten kann dieses ganze Schlachtschiff dann nichts außer eben eben diese kleinen Träger ins Feld führen und man kann sich dann eben so eine, so eine Armada zusammenstellen, ich kann ja kurz mal meine zeigen, das ist die, äh, Also das ist echt cool, das ist echt cool, dass du da jetzt in diesem Alpha-Mod so viele Möglichkeiten hast, weil du, man hat ja im Sternen im Grundspiel auch viele Möglichkeiten, aber nicht so viele. Ja, das, so, jetzt, äh, das hier ist jetzt meine Armada aus, äh, aus Schlachtschiffen, mehr hab ich eigentlich nicht, dazwischen müssten noch so ein paar kleinere sein, die dürften aber versteckt sein, ja, das, das ist es eigentlich. Ähm, im Einsatz sind sie jetzt nicht mehr viel, weil die KI, aus irgendeinem Grund ist ja passiv, also muss man schon sagen, die KI in Stellaris ist gut, aber sie hält sich auch sehr ans Drehbuch, ne? Die ist jetzt... Naja, also, so würde ich das nicht wirklich bezeichnen, also... Ah, ich wusste doch, dass ich dich damit schenke. Nee, nee, also ganz ehrlich, die KI ist unglaublich intelligent in Stellaris und, äh, nützt auch sehr gut, äh, Schwächen bei dir aus. Entweder, weil du gerade einen Krieg hinter dir hast und deswegen gerade deine Armee neu oder deine Flotte neu aufbauen musst, oder, ähm, weil sie in der Übermacht ist und dich dann einfach angreift. Und was ich am, wirklich am tollsten finde in dem Ganzen ist, dass, äh, die gegnerische KI auch im Micromanagement so unglaublich gut ist, dass, äh, sie hergeht und hinter deinen Linien dich sabotiert und angreift mit kleineren Flotten und deine Hauptflotte, äh, versucht mit ihrer Hauptflotte zu bekämpfen. Sodass du im Endeffekt immer hin und her gerissen bist zwischen der Entscheidungsschlacht, die vielleicht alles gewinnen könnte, oder ob du doch lieber deine Heimatwelten schützt oder ob du selber in die Offensive gehst. Also, ja, gut, also sie ist nicht schlecht, aber, ähm, ja, gut. Aber jetzt hier mit der Alpha-Modifikation ist es auf jeden Fall so, dass sie teilweise überfordert ist, weil, ähm, da nicht einprogrammiert wurde, dass, dass sie, äh, die ganzen Extra-Boni oder Extra-Gebäude nutzt. Aber das ist ja zu erwarten, wenn man, ähm, Mods benutzt, ne? Ja, mit der Größe natürlich, ja. Ja. Ja, also alles in allem, ähm, Stellaris ist, ist, äh, wie man's sehen kann, ist schick. Ja, es ist jetzt, äh, für ein Paradox-Interactive-Spiel, ähm, schick. Es ist jetzt nicht so wie ein 3D-Shooter schick, aber eben, ähm, teilweise doch recht ansehnlich anzusehen. Und, also, Pfleger und ich haben da unterschiedliche Meinungen. Also, für mich macht der Reiz des Spiels aus, dass man's mit verschiedenen Rassen da interagieren kann und dass, äh, es am Ende davon abhängt, wie geschickt man seine eigenen Vorteile mit einer Rasse oder mit der Strategie dabei ausnutzen kann. Ähm. Also, für mich macht Stellaris, äh, einfach diese Wandelbarkeit aus und dass du von Anfang an immer eine Herausforderung hast, dadurch stellen kannst. Allerdings ist, kommt im Endeffekt das Rollenspiel nie wirklich, äh, zu kurz. Du hast immer eine Entscheidung, die du treffen musst, immer ein Event, das aufploppt und das du machen musst. Ähm, du hast immer was, was deine, deiner Rasse über die Zeit noch mehr Tiefe verleiht, dass das, äh, und, und du dich einfach wirklich an sie gewöhnst und, äh, ja, dass du auch dann willst, dass deine Rasse aufgrund dessen, was sie ausmacht, weiterkommt. Äh, und nicht, äh, weil du meinst, die Eroberung würde jetzt nicht schlecht sein und du brauchst ungefähr unbedingt diesen Planeten oder sowas, sondern für mich ist wirklich dieser Rollenspielfaktor das, was Stellaris ausmacht. Ah. Okay, ja, Rollenspiel. Das ist tatsächlich, äh, möglich, dass man hier eine Menge Rollenspiel macht, auch mit der KI. Gerade mit der KI, weil wenn man jetzt beispielsweise, ich kann ja mal kurz die Übersicht zeigen hier, ähm, an Kontakte. Das hier ist jetzt die Kontaktübersicht für alle Spezies, mit denen ich Kontakt habe im Spiel. Das ist einer der ganz großen Vorteile von Stellaris, ist das so fucking viel. Das kommt drauf an, ob man das mag oder nicht. Aber man kann beispielsweise alle primitiven, ähm, Völker, die sich noch nicht wirklich entwickelt haben, also sowas wie Eingeborene, kann man sagen, kann man ausblenden. Dann die, äh, übermächtigen Rassen, ja, die Gefallenen und dann sieht man, das ist nur noch eine Handvoll übrig und, ähm, dann gibt es eben hier so ein Diplomatie-System. Das Diplomatie-System ist allerdings relativ rudimentär, ja, das ist jetzt nicht besonders komplex. Ich kann ja hier mal Kontakt aufnehmen mit einer anderen Rasse. Da kann man da so ein paar Sachen mitmachen. Äh, der ist, der hält zum Beispiel jetzt gar nichts von mir. Der ist, der, der mag mich überhaupt nicht hier. Die Imari-Allied-Systems, da ist es nämlich eine theokratische Oligarchie. Und, äh, naja, die, die sind so spirituell veranlagt, die mögen das gar nicht, dass ich als Cybox durch die Gegend laufe. Also, ich muss ehrlich sagen, in Stellaris gibt es noch zwei Aspekte, die mich wirklich stören, dass sie noch nicht da sind. Sie werden aber noch kommen und da habe ich vollstes Vertrauen zu Paradox, weil sie es mit anderen Spielen bewiesen haben. Und zwar erstens einmal der Handel, dass der Handel im Endeffekt so gut wie gar nicht vorhanden ist oder nur sehr rudimentär. Und das andere ist, dass die Diplomatie wirklich auf die Basics runter reduziert wurde. Also, du zeigst gerade den Handel her. Ähm, für mich, für manche mag das schon das Nonplusultra sein. Für mich ist das im Endeffekt, äh, kaum was wert, dieses Handels, äh, Overlay und Screen. Ähm, das kann einfach dann zum Beispiel solch was wie, äh, Europa Universalis oder so viel besser. Äh, und das muss auf jeden Fall meiner Meinung nach noch gemacht werden. Ja, sicher. Also, die anderen Spiele sind, äh, was das Handeln angeht, ein bisschen besser. Also, alleine, dass es im Standardspiel hier keine großen handelbaren Ressourcen gibt. Es gibt aber eine Handelsmodifikation, habe ich gesehen. Da kannst du, äh, mit, da kannst du Handelsplaneten definieren. Und da wird dann zwischen anderen Handelsplaneten fliegen dann zivile Schiffe hin und her, die du nicht kontrollieren kannst. Und dadurch erhöht sich der Wohlstand. Also, diese Modding-Szene, die ist da schon sehr, ähm, ja, ins Detail gegangen. Aber gut, ähm, ich würde sagen, ich stelle noch mal ein bisschen hier was vor, was jetzt die Alpha-Mod angeht, weil die jetzt, äh, eine Total Modification darstellt. Sowas wie Ace für Arma 3. Äh, oder sowas wie Counter-Strike auf Basis von Half-Life. Also, die das Ganze teilweise richtig umkrempeln. Und, ähm, ja, ähm, zum Beispiel habe ich hier, äh, einen Planeten gemacht. Die Hukaya 3. Den habe ich einfach Kolonialverwaltung genannt, weil die ganzen einzigartigen Gebäude, die man jetzt hier so für sein Imperium bauen kann, die habe ich hier untergebracht. Das ist hier zum Beispiel, ähm, hier müsste das, äh, Galactic Stock Exchange, also die, die Imperiumsweite Börse sein. Und die hat dann beispielsweise so einen Modifikator, dass man 10% mehr Energie produziert, ne? Das ist halt toll, kann man aber halt nur einmal bauen. Und, ähm, ich habe außerdem gemerkt, dass es so ist, dass du teilweise einige Gebäude nur auf einigen Planetenarten bauen kannst. Und deswegen habe ich meine Rasse auch auf Wüstenplaneten siedeln lassen, obwohl das voll unangenehm war für die am Anfang. Und auf Ozeanwelten. Aber da gibt es eben andere Boni von. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal so eine Ozeanwelt raussuche, Äh, zeig das mal her. Es ist aber kaum noch, es ist nicht mehr zu sehen. Hier gibt es, äh, Exotic Food. Ja, das ist eine strategische Ressource. Das ist sozusagen Fisch, den die da, ähm, fangen. Und den gibt es eben nur auf diesen Ozeanwelten. Oder ich habe ihn bislang nur dort gefunden. Oder auf, äh, hier, ähm, eine Mineralienwelt habe ich mir auch gemacht. Und habe dort meine Droiden eingesetzt. Wenn ich sie dann mal finde. Das ist so viel. Also, wie gesagt, das ist ein älterer Spielstatt. Äh, das ist glaube ich. Also, das wächst ja auch alles mit der Zeit. Und das finde ich, ist auch wirklich cool und Solaris. Ja, es ist bloß dieses Micromanagement hier, diese 23 Welten. Das ist ja auch nicht normalerweise so. Äh, hier, genau. Das ist mein, ähm, mein Mineralienwelt. Äh, das musste ich mir auch borden. Also, dass das so viel Micromanagement, das wollte ich. Aber man kann ja solche Sektoren definieren, dass die KI das dann übernimmt, ne? Ja, also, ich muss sagen, ich muss sagen, die, die Sektoren, das Sektorensystem von Stellaris finde ich wirklich gut. Weil, ähm, ich, ähm, ich bin in dem Fall das Gegenteil von dir. Das Micromanagement, das, damit kann ich überhaupt nicht anfangen. Das ist, äh, da ist es mir lieber, die KI übernimmt dann einen Teil des, äh, Imperiums. Ich habe dann meine vier, fünf Planeten, wie es normalerweise standardmäßig üblich ist. Und, äh, kümmere mich um die. Hab dann dort mein Management und der Rest läuft. Ja, okay. Ist für jeden was dabei, kann man sagen, ne? Das auf jeden Fall. Im Multiplayer muss man sich dann einigen. Wie schnell will man spielen? Wie aggressiv soll es denn sein? Und, äh, ja, das... Deswegen, äh, ich bin der Meinung, es ist ein sehr gutes Singleplayer-Spiel, aber im Multiplayer gibt es Besseres. Vega ist eine andere Meinung, aber ich lasse ihn jetzt einfach nicht zu Wort kommen und zeige stattdessen hier... Also, ich muss sagen, wir haben Stellaris schon auf dem Multiplayer gespielt. Äh, auch letztens erst in einer großen Gruppe, äh, Gruppe W-übergreifend, also, dass da gleich 15 Leute oder was mitgespielt haben auf einer kleinen, äh, Galaxie. Da war schon wirklich viel. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr wohlmöglich, das gut zu machen und, äh, gut zu spielen. Ja. Aber dann kannst du nicht solche tollen Sachen machen wie hier die Dyson-Sphäre. Natürlich, die... Das Rollenspiel, äh, leidet dann darunter. Das ist klar. Ja, aber auch, dass du deine... Zum Beispiel diese, diese Zivilisation, die ich jetzt hier hochgezogen hab, mit diesen super speziellen Planeten, äh, das würde ich im Multiplayer gar nicht schaffen, weil da hatte ich gar nicht die Zeit für das ganze Micromanagement, ne? Ja, du kannst dir nicht passieren. Ja. Oder solltest du nicht. Ja, jedenfalls, ähm, das ist eine Art und Weise, wie man spielen kann und, äh, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also, es gibt auch Leute, die, die spielen das eben, ähm, sehr, sehr aggressiv, ja, erobern alles, machen sich nicht so den Kopf um einzelne Sachen und andere wiederum, äh, machen es lieber so gemächlich, sag ich mal. Aber das macht auch Stellaris aus und macht dann auch Spaß. Ja, nochmal kurz ein Überblick hier, Pfleger. Es gibt noch mehr Traditionen. Ja, müsstest du jetzt sehen können hier. Diese, ich glaub, es gab am Anfang diese, diese... Oh, ja, seh ich, wo? Es gab, glaub ich, sechs oder sieben oder acht, ich weiß nicht. Sechs waren's. Nein, Trigger acht waren's, acht waren's. Und jetzt, das haben sie einfach verdoppelt, ja. Das heißt, du hast da mehr zum Auswählen, du kannst zum Beispiel Biogenesis, 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 warte mal, Biogenesis. Du hast noch neun, du hast links unten noch Order. Achso, den hab ich noch gar nicht entdeckt. Ich hab nie runtergescrollt und, gut. Naja, das ist ein echt Fehl hier. Lach nicht. Ja, ich hab zum Beispiel hier Kybernetik ausgebaut. Das sind solche auch zugemodelten Traditionen. Tradition ist so eine Ressource, die gewinnt man mit der Zeit, indem man Einigkeit sammelt. Also es sind hier neben den, eben Nahrung, Mineralien und Energie und Einigkeit. Also es ist ein Haufen Zeug, das man hier sammeln kann, ne. Das ist eben auch ein Ressourcensammelspiel. Ja, dann gibt's noch die Fraktionen. Die sind ja auch, ich glaub, mit nem DLC reingekommen. Mit dem Adams-Update. Die können einem helfen, wenn man das macht, was die Fraktionen wollen. Muss man sich also so wie Parteien vorstellen, die Interessen haben. Und die können einem helfen, aber die können einem auch echt im Weg stehen und dafür sorgen, dass man echt keinen Spaß mehr hat. Und dass alle rebellieren und dich tot sehen wollen. Ja, so in etwa. Ist mir schon mal passiert, so ein fetter Bürgerkrieg in meinem Land. Das ist ja herrlich. Dann, ja, noch einen Haufen an Einstellungen kann man hier machen. Zum Beispiel die Kriegsphilosophie. Obwohl ich nämlich hier pazifistisch bin, kann ich hier unbeschränkte Kriege führen. Ja, das ist doch perfekt, oder? Ja, also ansonsten ist man zum Beispiel als pazifistische Rasse dazu gezwungen, dass man nur defensive Kriege führt. Also wo man sich nur verteidigen kann. Man kann nicht in Angriff übergehen. Und das ist interessant. Also, dass man hier nicht alles darf, wenn man eine gewisse Philosophie hat, das finde ich gut. Ja, vor allem, es macht auch die Rassen, trotz dessen, dass sie ja im gleichen System operieren und trotz dessen, dass sie die gleichen Game Mechanics haben, doch sehr individuell, genau durch solche Sachen. Ja. Ach, ich sehe jetzt hier gerade, ich kann meiner KI jetzt endlich mal, wie heißt hier, Bürgerrechte geben. Das mache ich auch gleich mal. Alter, du kannst froh sein, dass die Roboter noch keinen Aufstand gemacht haben. So, jetzt haben sie Bürgerrechte und meine ehemals versklavten KIs können jetzt auch endlich mal Feierabend machen und müssen nicht mehr 24 Stunden schoffen. Nee, aber was ich sagen wollte, das Spiel ähnelt sehr viel Star Trek. Das sieht wirklich jeder, der mehr als eine halbe Stunde Star Trek gesehen hat, weil, ähm, verschiedene Rassen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, Föderation, die man hier machen kann, das ist sogar in der Tradition hier so verankert, ähm, ja, so Föderation, da kann man so eine Föderation eben aufbauen und das Spiel auch dadurch gewinnt, dass man die ganzen Rassen oder die meisten in einer Föderation bündelt. Und dann können die ganzen Rassen oder die ganzen einzelnen Spieler äh, zum Beispiel eine Föderationsflirte aufbauen. Hast du das schon mal gemacht? Also ich habe mal mit, äh, Fussel und Iron Briss damals eine Föderation gemacht. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, mit Spielern steht man sich da sehr auch gegenseitig im Weg, weil, äh, du als, auch wenn du eine einzelne Reiche bist, als Föderation immer eine geschlossene Außenpolitik verfolgst und, äh, somit macht, will der eine das mit dem, mit einem bestimmten, äh, Kombatanten machen und der eine, also der Nächste was anderes. Und deswegen muss man da auch sehr viel Rollenspiel und auch Diplomatie dann betreiben, damit man dann doch an seine Ziele kommt. Also es ist nicht einfach so ein Geklickse und Rumgeschiebe, sondern vor allem im Multiplayer muss man auch sehr viel Diplomatie dann betreiben. Ja. Okay. Gut. Also ich denke mal, damit haben wir jetzt einen kleinen Überblick verschafft. Äh, äh, letztendlich, äh, Stellaris ist nichts für alle. Äh, ich, ich habe jetzt hier auch tatsächlich kaum richtiges Gameplay gezeigt, sondern nur so ein Überblick. Es gibt noch viel mehr als so gezeigt. Das sind ganz primitive Rassen, gefallene Imperien, äh, was man damit anstellen kann mit den ganzen. Du hast die ganze Erkundungszeugs nicht gezeigt, Kolonisation der Anfangszüge und so weiter. Also es gibt unendlich viel mehr Potenzial in dem Spiel. Ja, zum Beispiel, also wie hier primitive Rassen hast, das kann ich jetzt am Ende nochmal zeigen, obwohl wir jetzt schon so eine halbe Stunde haben. Ähm, das hier ist der Planet Ugrim. Ja, auf Ugrim leben die Zanami. Warum auch immer. Äh, und die sind, äh, in vielerlei Hinsicht, ja, die sind, eigentlich sind die nur gut in Sachen Energieabbau. Ja, die sind Triff, die sind Thrifgy. Ja, also die könnte man jetzt theoretisch, man könnte dort landen auf diesen Planeten, man könnte die sie unterjochen, und dann schickt man diese Zanami in die Kraftwerke, damit sie dort mit ihrem 15% Energiewirtschaftungsbonus, äh, ja, für einen die Energie scheffeln. Du kannst auch viel mehr mit denen machen, du kannst sie beobachten, du kannst ihre, äh, ihre Gesellschaft untergraben, du kannst dich als ihr Gott aufspielen und, äh, sagen, ihr betet mich an, du kannst deren Ethik verändern, du kannst, äh, wie die Schlangenmenschen dich eben einschleichen, das habe ich, glaube ich, eh schon gesagt, du kannst sie entführen und, äh, auseinandernehmen, also abnormal. Man muss sich das ja alles nicht so bildlich vorstellen, die sind, diese kleinen, süßen Affenwesen, die sind schon, ja. Und was auch noch wirklich cool ist, das habe ich ja mal mit einer Rasse gemacht, ich habe mir so eine, äh, Fraktion, so eine, so eine primitive Rasse rausgesucht, und habe gesagt, so, ihr seid jetzt meine Nahrungsquelle, ich esse euch. Ich verklang, das geht? Ja. Ja. Du kannst es in den Rechten, du kannst es in den Rechten, für die verschiedenen Rassen festlegen, und unter anderem eben auch, dass sie dann eine Nahrungsquelle sind. Ja, ja, alles klar, wir, äh, ab 16 wollten wir bleiben. Also so, so, galaxieweiten Genozid ist, 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 ist no go, das ist nicht cool. Nicht, das habe ich auch. Nicht, das ist, ich hatte schon zu viele Vergleiche von wegen, haha, Rassenlehrer, haha, J.R., Rassen hier, haha, ja, ne, egal. Okay. Alles klar. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, das war ein schicker Überblick, leider, wie gesagt, kann man hier nicht so viel aktives Gameplay zeigen, ohne da viel drum zu schnibbeln. Ähm, ja, es gibt noch viel mehr Tolles von Stellaris, kann man, ich werde ein paar Leute verlinken, und, äh, ja, danke fürs Zuschauen, danke auch dir, Pfleger. Bitte gerne, bis zum nächsten Mal. Macht's Gott. Ciao. Ciao.